Ronaldo, ein Bild, das Erinnerungen weckt für alle, die Dienstagabend, 21 Uhr deutscher Zeit, Cristiano Ronaldo, der Kapitän von Al Nasser, der kennt diese Uhrzeit allzu gut. Was haben wir für Groß-Champions-League? Normalerweise würde jetzt in den nächsten Sekunden hier die Hymne ertönen, die großartige Champions-League-Hymne. Wir hören rein, jetzt anstattdessen in die saudische Nationalhymne. Den Gästen, es gibt einen weg vor anderthalb Wochen. Abdelmajid Al-Sulaim rückt ins Zentraldefensive mit das Spiel 1 und das startet in diesem Moment. Al Nasser von rechts nach links in den Creme. Die Suche nach Al Nasser, es war der Sargnagel, der letzte für Rudi Garcia. Mann aus Porto im Mittelfeld und vielleicht zum ersten Mal der beste, aber daraus wird es erst einmal im Aufbauspiel. Geht erst mal gut. Taliska gefoult. Freistoß. Vor der Brust. Jetzt gibt es die erste Gelegenheit für Musa Marega. Siebte Spiel. Da ergibt sich die ein oder andere Lücke. Wieder Marega. Erste. Und das ist die nächste Top-Gelegenheit. Doppelchance. Hier sehen wir es nochmal. Und das muss die Führung sein. Erst ist es Musa Marega und dann Odionikalo. Wieder gut von... ...verdient. Rareb. Und dann Ronaldo. Zum ersten Mal. Aber Achtung. Oh, da ist was passiert. Da muss aber ganz schnell mal einer hin. Mor mit Rafali. Achtung, meine Güte. Und Marega riecht... ...Rance. Elikalo. Marega noch einmal. Ikalo. 19. Minute. Nächster Abschluss müsste eigentlich Eckstoß Nummer 2 geben. Und der nächste Angriff rollt. Abdulhamid. Jetzt mal mit Platz. Ronaldo. Läuft schon. Und dann... Ruppiger Einsatz. ...Wass wir schauen und auf die Namen, die da im Raum stehen. Boah. Super für Hintel. Und dann... ...die nächste Kopfverlässer. Ronaldo verpasst. ...gespielt. Und dann... ...Ikalo. Artistisch. Und es gibt Elfmeter. Michael Oliver zeigt auf den Punkt. 40. Minute. Handspiel. Wir schauen noch mal drauf. Hier ist das... ...erst mal Ikalo mit Marega. Und dann dieser Pass ist super. Aber natürlich viel zu einfach. Ikalo versucht statistisch. Und dann ist es Al-Amri. Im Oktober 21. Damals gegen Al-Etifak. Den Kontingen Nawaf Al-Arkidi. Und Al-Hilal führt. Und die Bengalos, sie leuchten rot. Die Hausherren mit dem 1 zu 0. Es ist Saisontor Nr. 17 für den Nigerianer. Und er hier konnte nichts machen. Klassisch verladen. Ich und so Yang. Bekommt für dieses Vergehen dann auch Direktgelb. Toiliska ver... ...Konan. Wird gefoult. Und auch das... ...gibt Freistoß. ...Masharipov. Iska. Ikalo. Ikalo. Mit Marega. Musa Marega. Und Nawaf Al-Arkidi verhindert das 0 zu 2. Wieder ist es Michael. Fahne geht hoch. Immer noch Rarip. Taliska kommt mit. Taliska. Und da ist sie. Die erste Gelegenheit für Al-Nassar in dieser Partie. 54. Partie wird offener. Mayuf rechtzeitig unten. Taliska. Göppelter Doppelpass. Wieder Amarega im Zentrum. Iska. Einmal in den Schwitzkasten genommen. Und dann... Ja. Aus Pokal und Meisterschaft. Jetzt Michael. Ja, gegen Masharipov. Und dann gibt es schon wieder Strafstoß. 60. Minute. Und er feiert es richtig ab. Und es ist quasi eine Kopie. 2-0 Al-Hilal. 2-0 Al-Hilal. 2-0 Al-Hilal. 3-0 Al-Hilal.